Herzlich willkommen zurück, liebe Leute, hier zu unserem Rollenspiel in EU4 mit Kastilien und unserem grausamen und gleichzeitig gut beratenden Herrscher Juan IV., einem Jagiellonen-Dynastie-Angehörigen. Ja, ich habe mir wieder eure Kommentare natürlich sehr, sehr intensiv durchgelesen und bin zu ein paar neuen Erkenntnissen und auch Entscheidungen gekommen. Also ich wurde erneut darauf hingewiesen, ein zweites Mal bereits, es gab ja letztes Mal oder in den letzten Folgen dieses Event, wo es da Armeeabtrünnigkeit gab, hier oben irgendwo in Flandern und ich habe tatsächlich, muss ich zu meiner Entschuldigung sagen, dort sehr spielimmanent entschieden. Also doch nach den Auswirkungen, die das Event und die beiden Entscheidungstypen hatten und ich habe eigentlich genau die falsche Entscheidung ausgewählt, denn für mich als grausamen Herrscher, das hat auch jemand in den Kommentaren angemerkt, wäre es eigentlich sinnvoller gewesen, genau andersrum zu entscheiden. Und er hat mir auch den Tipp gegeben, mir vielleicht demnächst bei solchen Entscheidungen, die wirklich direkt auf solche Eigenschaften, Entschuldigung, auf solche Eigenschaften, jetzt habe ich das Mikro gehauen, ich glaube, das war ziemlich laut, Verzeihung. Bei solchen Eigenschaften direkt anspielen, die also direkten Bezug dazu haben, versuche ich nach wie vor dann auch wirklich wach zu sein. Das ist natürlich manchmal in so einer Staffelaufnahme ein bisschen schwierig, da immer die Konzentration ganz hoch zu halten. Ich werde es aber trotzdem versuchen, weil ich nehme mir sowas immer gerne zu Herzen, da das auch sinnvoll ist. Da hätte man vielleicht auch dann so vorgehen können, erstmal nur zu lesen, was in den Entscheidungsstripes drinsteht, in diesen Textbuttons, ohne auf die Textbuttons drüber zu hovern, um dann die Auswirkungen zu sehen. Denn die Auswirkungen, die waren dann leider sehr, ja, spielerisch zwar relevant, aber fürs Rollenspiel eigentlich absolut gegenläufig. Sage ich jetzt mal. Das war, ich weiß nicht mehr ganz genau, wie es formuliert war und was da genau für Sachen drin waren, irgendwas mit Armeeprofessionalität und Rekrutenreserve, glaube ich. Auf jeden Fall, da hätte man zu einer ganz anderen Entscheidung kommen können, auch weil wir gleichzeitig nicht nur grausam, sondern auch gut beraten sind. Wir lassen uns also nicht nur nicht von irgendwelchen Untertanen auf dem Kopf herumtanzen, das wollen wir schon mal gar nicht. Das Gleiche ist auch, wir sind ja gut beraten. Wir haben immer ein offenes Ohr für den Rat unserer Berater und die Berater haben wir ja hier unten und die möchte ich in Zukunft auch dann stärker in solche Entscheidungen einbeziehen, vorausgesetzt sie haben mit ihren Eigenschaften irgendwas damit zu tun. Also wenn es zum Beispiel um religiöse Fragen von Konversion zum Beispiel geht, dann wäre hier Gomez-Ponce de Leon ein ganz wichtiger Mann wegen der Missionarstärke. Also das wäre hier ein ganz wichtiger, wenn es um Diplomatie geht und die Frage, ob wir zum Beispiel, weil wir ja grausam sind, hier steht ja auch im Tooltip drin, seine Verbündeten ohne zu zögern, würde er hintergehen als KI-Herrscher. Das würde ich glaube ich in diesem Fall niemals tun, denn wir sind gut beraten und wir haben einen Staatsmann, der uns hier sagt, diplomatische Reputation erhöhe ich durch meine Beratung und ich sage dir, du solltest jetzt nicht unbedingt England verraten, weil das deine diplomatische Reputation total herabsetzt. Also macht das lieber nicht und weil wir eben gut beraten sind, würden wir dann sagen, ja gut, dann lassen wir das halt. Also so in der Richtung könnte man rollenspielerisch hier besser vorgehen. Auch möglich wäre hier natürlich der Militärberater, der Kommandant, der uns Disziplin in der Armee verschafft. Das heißt also, wenn es um Disziplin wie in diesem letzten Event geht, würde auch er uns natürlich beraten und sagen, wir müssen jetzt endlich mal für Disziplin sorgen, bestrafe diese Verräter sofort, damit die Leute an deine Herrschaft glauben, an deine Führungsqualitäten glauben. Also da kann man wirklich noch viel mehr mitmachen und ich werde mich bemühen, das auch zu tun, weil das euch, glaube ich, viel mehr Spaß noch beim Zuschauen macht und weil das auch rollenspielerisch viel besser umsetzbar ist. Gut, die Kritik habe ich angenommen, dementsprechend werden wir auch jetzt vorgehen. Ich habe mir unter anderem nochmal angeschaut, wie denn das ist, Armeeunterhalt. Wir sind ein grausamer Herrscher, wir sind aber auch gut beraten, wie ich eben schon sagte, von einem sehr disziplinierten Kommandanten. Und ich glaube, die Kombination, die macht nicht nur aus, dass wir die militärische Herrschaft in unseren Gebieten auch notfalls mit Gewalt aufrechterhalten wollen, sondern auch die Disziplin in der Armee hochhalten. Wie macht man das? Naja, man setzt den Unterhalt der Armee nicht komplett runter, wie wir das das letzte Mal gemacht haben. Das ist rollenspielerisch eigentlich nicht begründbar, warum die Moral total leiden soll. Ich habe jetzt die Regel gesetzt, ich werde die auch in der Beschreibung nochmal reinschreiben, dass ein grausamer Herrscher den Armeeunterhalt nicht unter 75% setzen darf. Ganz einfach deswegen, damit wir nicht so krasse Moralabzüge bekommen. Dann können wir auch schneller auf Aufstände reagieren, das macht ja, weil es grausamer Herrscher auch wiederum sind. Und wir sind besser handlungsfähig, müssen natürlich unsere Bilanz im Auge behalten, aber das ist dann so, dass wir dann weniger Einnahmen haben. Also das ist jetzt hier festgelegt, ich habe das übrigens ausgerechnet nach dem Moralwert. Also wenn wir hier auf 0 gehen, haben wir minus 3,75 Moral, auf 100 haben wir quasi 0 Moralabzüge und ich habe mal ausgerechnet 75%, denn der Armeeunterhaltswert, der hier oben angezeigt wird, die 17,97, der skaliert nicht mit dem Slider mit, denn 8,99 sind nicht 0% im Vergleich zu 17,97, das ist nur so ein Teilslider sozusagen. Also irgendwas mit 75% werden irgendwas mit 13, irgendwas, dann sind wir hier an der Mitte des Sliders. Das finde ich Quatsch, aber ich gehe nach dem Moralwert. Also minus 3,75 ist dann eben 0%, 0 Moral ist dann eben 100% und dann landen wir nämlich bei minus 0,94 aufgerundet. Das sind dann ca. 75% hier, wird beim Slider auch einermaßen korrekt angezeigt, passt also. So, das habe ich schon mal festgelegt und ja, dann schauen wir mal, wie das mit dem Moralwert dann hinhaut und ich denke mal, so haben wir auch eine besser aufgestellte Armee. So, dann haben wir noch gesehen eben beim grausamen Trade, dass der Herrscher eigentlich weniger Autonomie für die Unterdrückten fordert. Jetzt ist die Frage, wer sind denn die Unterdrückten? Ich gehe mal davon aus, es wird allgemein vom Volk ausgegangen und gucken mal hier, wie sieht das zum Beispiel aus in unseren Gebieten hier oben in Flandern und Belgien. Da haben wir hier zum Beispiel überwiegend entweder schon 0% Autonomie oder hier oben 8,90, 6,6, da können wir auch gar nichts mehr verringern. Luxemburg, Barroa, Lorena und Franco Condado, das sieht ganz gut aus. Höchstens in Alsacia haben wir noch über 29,4, wir können es aber nicht verringern bis 1552, weil wir es wohl schon mal verändert hatten. Ich glaube, um dem extremen Aufkommen von Rebellionen vorzubeugen, was übrigens dann auch rollenspielerisch eigentlich nicht sinnvoll war. Aber gut, das können wir jetzt nicht mehr ändern, das kann ich nicht mehr anklicken bis 1552, sei es drum. Man kann sich natürlich jetzt dann anschauen, dass man mal guckt, wie sieht es denn eigentlich mit unseren Ständen aus? Was denn unsere Stände, jetzt kann ich das hier unten nicht lesen, weil es nicht angezeigt wird, die haben hier aktuell ja dann doch 13, 9 und 10% Gebiete hier zugeteilt. Und die Frage ist, könnte man nicht bei den Ständen ein bisschen, ja, denen das Land wieder wegnehmen einfach, um zu sagen, diese Grundautonomie irgendeines Standes, die akzeptiere ich nicht. Das werden wir natürlich nicht überall machen können, schon allein deswegen nicht, weil wir das ganze Land gegen uns aufbringen und da wir gut beraten sind, denke ich mal, wissen wir, dass das eigentlich für uns keine Option ist. Aber ich würde zum Beispiel diese Bürgerkontrolle in Murcia wieder zurücknehmen, denn wenn wir hier mal gucken, das wirkt sich auf den Handelseinfluss absolut wenig aus. Bei Sevilla ist es extrem, da haben wir 60 Einfluss und auch in Tangier 29,5. Da würde ich sagen, als gut beratener Herrscher, obwohl wir grausam sind, würden wir sagen, die beiden lassen wir den Bürgern. Aber Murcia und auch Burgos mit 13,3, das ist jetzt, das ist jetzt nicht die große Welt. Da würde ich sagen, die beiden Provinzen nehmen wir ihnen weg und wenn sie uns dann eben hassen, dann ist das eben so. Beim Klerus werden wir erstmal nicht drangehen, weil der Klerus natürlich von unserer Dynastie her im Rollenspiel eigentlich eine große, große Rolle spielt. Den können wir nicht einfach seine Lindereien jetzt wegnehmen. Und beim Adel werden wir erstmal auch nicht anpacken. Aber auf Dauer bin ich schon der Meinung, was haben wir hier, Basis 23, Basis 7, Basis 11, was war das hier? 4,7 irgendwie, ne? 7,4. Also man könnte schon argumentieren, dass Kadis zum Beispiel auch nicht in der Hand des Adels bleiben muss. Würden wir denen das jetzt aber wegnehmen, wären die auch sofort illoyal. Also ganz so extrem will ich jetzt die Aufstände auch nicht fördern, dass ich sage, ich ziehe zwei Ständen gleichzeitig alles ab. Weil auch wenn wir grausam sind, aber wie gesagt, gut beraten heißt ja auch gleichzeitig, wir machen nicht die dümmsten Entscheidungen. Und dementsprechend würde ich sagen, wir nehmen jetzt als allererstes, hier war das, unter Stände, nehmen wir jetzt erstmal Murcia weg. Unruhe lokal steigt, das ist uns egal, die sind jetzt erstmal illoyal. Aber dann haben wir das schon gemacht und theoretisch könnten wir da jetzt auch, hier oben Burgos, auch noch wegnehmen. Okay, aber die würden sofort Regimente haben. Okay, dann lassen wir das erstmal sein und schicken schon mal unsere Armee da rein. Und dann wollen wir doch mal gucken, ob wir dementsprechend nicht vorbeugen können. Übrigens ist mir das gerade ein bisschen zu schnell. Anfrage nach Militärzugang aus Böhmen. Mit Augsburg, Pfalz, Nassau und Venedig im Krieg. Ja, ich denke mal mit Böhmen. Das sind ja auch katholische. Ich glaube, die sind gerade an der Grenze. Ja, die sind noch katholisch. Und gleichzeitig, ja, ich glaube, denen könnten wir das gewähren. Das wäre jetzt nicht so das Riesenproblem, sage ich mal, den Militärzugang zu geben. Okay, um Burgos kümmern wir uns dann, wenn die Armee dort angekommen ist. Mit den zehn Regimentern sollten wir da fertig werden. In Friesland gibt es neue Tuchwaren. Okay, alles klar. Tuche werden also etwas vom Wert her gesteigert. Wir bräuchten auch hier mal einen Anführer, den wir natürlich dann der Armee noch entsprechend zuteilen sollten. Ich habe außerdem hier die Festung in Kjuta oder Sujuta hier deaktiviert, weil die brauchen wir momentan wirklich nicht. Für die paar marokkanischen Nationalisten müssen wir hier keine, das ist wirklich Quatsch hier, die, na wo sind sie denn, für die 10K hier extra eine Festung zu unterhalten. Diese 0,5 Ausgaben, die können wir uns wirklich sparen. Da sehe ich auch nicht die Begründung, als grausamer Herrscher müssen wir überall die Festung hochhalten, weil wir Schiss vor unseren Bewohnern haben oder Untertanen haben. Denn ich denke, das Gegenteil ist eigentlich der Fall. Eigentlich sind wir mutig und sagen, es ist uns doch egal. Die einzigen beiden Festungen, die wir wirklich brauchen, sind die hier oben, weil wir halt weit weg von zu Hause operieren. Und da finde ich es schon sinnvoll zu sagen, die können übrigens auch wieder hier reinziehen, wir schützen diese entlegenen Gebiete. Aber alles andere hier in der Nähe unserer Hauptstadt ist eigentlich, denke ich mal, nicht wirklich wichtig, dass wir da die Festung die ganze Zeit aufrechterhalten. So, wir haben gehört, dass Utrecht ein goldenes Zeitalter eingeläutet hat. Okay. Ich muss übrigens mal die Nachrichteneinstellungen eigentlich mal vornehmen. Nachrichten von anderen Ländern. Das habe ich nämlich jetzt auch nicht gemacht, ob jetzt irgendein Herrscher hier drin ist oder so. Von interessanten Ländern über mich anzeigen. Und was ist das? Ah, wir interessieren uns für, ach so, Frankfurt, Ravensburg zum Beispiel. Für Dänemark interessieren wir uns. Da komme ich gleich auch noch zu. Wir interessieren uns für Dänemark, für Schweden, ja. Ungarn, das Osmanische Reich. Für England, für Polen würde ich sagen. Für Frankreich und auch die Britannien als direkten Nachbarn von Frankreich. Böhmen, ja, Österreich auf jeden Fall. Brandenburg, Bremen. Wir könnten ja hier die Grenzländer noch mit reinnehmen. Wen hätten wir denn da? Die Schweiz zum Beispiel wäre noch ganz nett, ne? Die Schweiz. Was ist das hier? Ist das? Ach, das gehört zu Österreich. Okay. Dann haben wir hier noch die Pfalz. Auch ein Grenzstaat. Dann haben wir hier noch Trier. Auch ein Grenzstaat zu uns. Lüttich, glaube ich, hatten wir noch, ne? Oder wie heißt das Ding hier? Lüttich tatsächlich. Wo ist es denn? Lüttich, Lüttich, Lüttich. Ist das irgendwie da? Lüttich, auch Geldern und Holland, würde ich sagen. Und Friesland wiederum. Das wäre mehr hier oben. Oder wo ist das? Ostfriesland. Da. Ja, das müssen wir nicht unbedingt wissen. Aber wie gesagt, hier Holland und Geldern und auch Utrecht wäre wichtig. Dass wir da Bescheid wissen. Stelle ich jetzt endlich mal ein. Das ist zwar blöd jetzt in der Folge, ich weiß. Aber dann haben wir das wenigstens einmal. Wo ist denn Utrecht hier überhaupt? Uh, das muss ich erst mal finden. Gottes Willen, hier sind ja ganz fremde Länder auf einmal einsortiert. Weiß nicht, wie die Sortierung hier läuft. Klemchen ist, glaube ich, ein Nachbarstaat von uns. Marokko, Tunesien auch. Mamelukenreich ist noch ein Rivale. Nehmen wir mal mit rein, können wir später wieder rausnehmen, wenn wir dann nicht mehr Rivale von sind. Das dauert noch ein paar Jahre. Moskau, hier ist Utrecht, genau. Okay, Venedig. Der Kirchenstaat wäre noch wichtig. Neapel natürlich auch. Ja, ansonsten würde ich sagen, Aragon und Portugal selbstverständlich. Ja mein Gott, da kommt doch einiges bei zusammen. Münster, Magdeburg, was hätten wir denn hier noch? Hier noch, hier irgendwie Kleve könnten wir noch nehmen. Denn die sind auch hier direkt angrenzend. Was ist das hier? Aachen können wir auch reinnehmen. Wo war das? Da oben, Anhalt, Aachen. Finde ich gerade nicht. Vielleicht ist es ja schon drin. Ne, egal. Soll aber, denke ich, erstmal reichen. Sind hier Frankreich und Co. drin? Doch, Frankreich und England und so weiter ist auch schon drin. Aragon, das soll erstmal reichen. Okay, dann haben wir hier nämlich die richtigen Nachrichteneinstellungen. Verzeiht, dass das jetzt hier in der Folge war, aber dann habe ich das wenigstens mal nicht vergessen. Moskau hat ein Recht auf gekündigt. Akt zur geheimen Versammlung in Frankreich. Haltet nonkonforme Personen von Versammlungen ab, indem er alle religiösen Versammlungen von mehr als fünf Personen verbietet. Okay, also auch die versuchen hier den Katholizismus irgendwie zu stärken, wie es aussieht. Die haben ja auch schon die erste Provinz hier, die protestantisch geworden ist. Also auch Frankreich hat jetzt Probleme und die Ausbreitung, die läuft aktuell von protestantischen Glaubensrichtungen oder auch reformierten anglikanischen Richtungen des christlichen Glaubens. Okay, so unsere Armee ist hier, die hat sogar Verluste aktuell. Steigt das noch weiter an mit der Moral oder bleibt die jetzt so? Ne, die steigt tatsächlich noch an. Da sollten wir da also noch warten, bis wir im Burgos diesen Regimentern uns entgegenstellen. Vielleicht sollten wir sogar für die erwartbare Revolte, die wir quasi schon vorhersehen können, jetzt auch mal die Armee ganz auf 100% bringen. Dass wir die dort direkt besiegen können. So, Casa de Contratación. Die Casa de Contratación wurde von Isabella I. von Kastilien im Jahre 1503 als Regierungsinstitution zur Aufsicht über die spanische Kolonialisierung gegründet. Forschungs- und Handelsreisende mussten von dort eine Genehmigung einholen und zusätzlich war das Amt mit der Steuerverwaltung der Kolonien betraut. Die Casa sollte außerdem versuchen, die geheimen Informationen über neue Handelsrouten und Entdeckungen nach Möglichkeit vor Außenstehenden schützen. Ja, wir sollten sie gründen. Hier können wir uns natürlich die Auswirkungen angucken, weil es gibt ja nur eine mögliche. Das Koloniewachstum steigt nochmal um 5 Punkte und wir kriegen 1% Grundchance für unseren Kolonisten. Sehen wir auch gleich, geht auf 16% hoch und wir haben jetzt schon 70 Grundanstieg pro Jahr. Super. Okay, dann kann ich euch schon mal sagen, wir werden demnächst auch bei unseren Rivalen etwas ändern. Und zwar, wenn das Mamelukenreich 1533 in einigen Jahren rausfällt, dann werden wir das wegnehmen und anstelle dessen Dänemark rivalisieren. Und zwar aus dem ganz einfachen Grund, dass die hier ganz frech und dreist eine Kolonie begründen direkt neben unserer. Und das ist ein Affront gegenüber unseren Kolonialbestrebungen. Dementsprechend, ja, werden wir das auf jeden Fall machen dann ab 1533. So, Schweden hat das Konzil von Kalmar, seiner Heiligkeit der Papst, hat eine Kommission von Kardinälen damit beauftragt, die Herausforderung durch den Protestantismus zu beantworten. Während der katholische Glaube an sich nicht kompromittiert werden darf, er kennt seine Heiligkeit und die meisten Kardinäle an, dass einige der protestantischen Beschwerden gerechtfertigt sind. Darum schlägt das Konzil viele Änderungen in der Administration der Kirche vor. Einen Stopp für abwesende Bischöfe und die weltlichen Entgleisungen des Klerus. Zusätzlich werden mehrere Klosterorden gegründet, um den Anstrengungen der Gegenreformation zu helfen. Wir haben jetzt eine neue Entscheidung, die Gegenreformation. Oder hat das jetzt nur Schweden? Konzil von Kalmar ist ja, glaube ich, in Schweden hier, ne? Kirchenstaat hat Savoyen den Krieg erklärt, okay. Savoyen, alles klar. Und die haben sich ja immer noch sehr lieb da unten. So, ah, okay, wir haben direkt eine Entscheidung. Nehmt die Gegenreformation an. Damit hat der Kirchenstaat uns noch mehr gern, sozusagen. Auch Österreich übrigens. Und wir erhalten bis zum Ende des Spiels plus zwei Missionare, höhere Technologiekosten, aber auch einen höheren Papsteinfluss, höhere Missionsstärke von Heretikern oder bei Heretikern. Da bin ich mir nicht sicher. Ich glaube, bei Heretikern soll das sein. Ja, das werden wir auf jeden Fall machen. Also, wir schließen uns. Wir sind ja das Geburtsland auch der Jesuiten. Und wir sind ja auch in der Herkunft als Rekonquisterstaat schon immer interessiert an einer guten Beziehung, a, zum Papst und zum Kirchenstaat. Wir sind interessiert daran, dass der Katholizismus weiter verbreitet wird in der neuen Welt, in Afrika und so weiter. Also sind wir natürlich auch interessiert daran, dass die Gegenreformation neue Stärke erhält. Wir werden das direkt mal machen. Das sollte uns hier oben später hoffentlich weiterhelfen, falls wir mal Gebiete zurückmissionieren wollen. Das geht aktuell nämlich noch gar nicht, da wir bis 1545 hier eine Missionarstärke von minus 100 Prozent haben. Da können wir also erstmal, hier seht ihr, wir könnten für Kosten das machen, aber der Fortschritt wäre bei Null. Und hier sehen wir auch, wegen Gegenreformation gibt es nochmal plus drei Prozent. Ja, und hier Entwicklung, minus 100, minus 2, minus 2, minus 92,6 Prozent. Wir sehen aber auch schon, ohne den Modifikator hätten wir alleine schon fast acht Prozent Missionsstärke, Missionarstärke. Also können wir das durchaus dann mal ins Auge fassen, wenn ein paar Jahrzehnte jetzt noch vergangen sind. Okay, ja, England hat auch die Gegenreformation angenommen. Schweiz hat das sogar angenommen und Böhmen und ich glaube Österreich auch schon, oder? Die haben nämlich auch schon die ersten Provinzen hier. Ich bin mir nicht sicher, haben die? Oh, da sieht es ja übel aus. Österreich wird total, aber ich hoffe doch mal, dass die auch die Gegenreformation angenommen haben. Denn wir müssen natürlich was unternehmen. Da habe ich auch so ein bisschen gewartet. Kirchenstaat hat das gemacht. Ja, das ist mir schon klar. Neapel hat das auch gemacht. Und Österreich hat es auch gemacht. Sehr schön. Damit sollten wir vielleicht dem Protestantismus wieder etwas eindämmen können in Zukunft. Schauen wir mal. So, Folgenzeit läuft allmählich ab, aber ich wollte noch eine Sache mit euch machen. Und zwar noch mal kurz über die Flotte reden und unserer Flottenlimit. Da hätten wir noch drei Punkte übrig. Wir könnten also drei Schiffe bauen aktuell. Ich glaube, letztens waren es sogar noch vier. Egal. Wir werden das auch mal tun. Und zwar werden wir weitere Kriegsgalären bauen. Dazu hatte ich auch einen Kommentar gehabt, der im Prinzip sagte, warum machst du das eigentlich? Galären sind doch gar nicht so stark. Also zu dem Punkt muss ich dann auch sagen, wenn wir Rollenspielerisch spielen, hat das erstmal nichts mit der Kampfstärke der Galären zu tun, die natürlich nur im Mittelmeer stark sind. Und natürlich nicht die Rumpfstärke, wie zum Beispiel eine Karacke haben. Aber wir müssen gucken, dass wir rollenspielerisch denken. Wir haben ja nicht umsonst eine Rivalität mit den Osmanen. Und auch hier eine spezifische Mission für Kassilien. Nämlich, dass wir die Flottenhorheit im Mittelmeer herstellen. Und dafür brauchen wir jetzt schon 36 Galären, um mit dem Osmanischen Reich mitzuhalten. Und deswegen bauen wir jetzt auch fleißig immer weiter Galären und lassen die Großschifflotte erstmal Großschifflotte sein. Denn im Atlantik haben wir ja bisher keinen Konkurrenten, der uns da wirklich gefährlich wird. England mit der größten Flotte ist unser Verbündeter und soll das auch für längere Zeit bleiben. Und damit haben wir überhaupt keine Probleme hier und sollten uns wirklich gut konzentrieren können auf das Mittelmeer. Und wir bekommen ja demnächst auch noch mindestens 14 Galären von Aragon hinzu, wenn wir dann bald unsere Technologie hier erforschen können für die modernen Theokratie. und wir dann Spanien auf diplomatischem Wege gründen und irgendwann vielleicht sogar mit Neapel zusätzlich auch noch agieren können. Und dann haben wir entsprechend sogar weitere, wie haben die denn? Flotte, Flotte, Flotte. Fünf aktuell. Na gut, das ist nicht ganz so viel. Aber immerhin nochmal weitere 5 Galären. Und damit könnten wir irgendwann zumindest diese Flottenstärke des Osmanischen Reiches erreichen, weil das sind unsere klassischen Rivalen. Und da kommen wir jetzt schon zu den Rivalen. Ich hatte ja gesagt, vorhin schon gesagt, dass wir die Mameluken rausnehmen wollen und für Dänemark als Ersatz reinpacken. Frankreich bleibt unser Rivale und auch das Osmanenreich. Denn die bedrohen genauso stark wie der Protestantismus hier Österreich, Polen mit seiner Mark Moldawien, Neapel als direkten Nachbarstaat, den Kirchenstaat. Also es werden eigentlich alle durch das Osmanische Reich hier auch in unserer Umgebung bedroht. Und dementsprechend werden wir uns da auf jeden Fall da positionieren müssen und auch da die Galärenflotte weiter stärken. Also das ist die Begründung dafür. Ich hoffe, ihr könnt das nachvollziehen. Muss man nicht so sehen, aber ich finde es rollenspielerisch extrem sinnvoll. Abgesehen von der tatsächlichen Geschichte sind wir einfach aktuell so stark gegen das Osmanische Reich rivalisierend unterwegs, dass wir da auf jeden Fall hinwollen. Und dafür brauchen wir mehr Galären. So, okay, das wäre es erstmal für die heutige Folge. Beim nächsten Mal kümmern wir uns dann hier um diesen Mini-Aufstand in Burgos und werden entsprechend dort gegen diese bösen Bürgerrebellen natürlich ankämpfen. Also bis zum nächsten Mal, liebe Leute. Macht's gut. Ich bin euer Tastenhauer und bin raus. Ciao, ciao.